Hallo und herzlich willkommen an meinem Kanal. Jetzt gibt es etwas Größeres und zwar Parto Parto von Sesto, Mozart. Es gibt einfach Arien, die muss man immer üben, die einfach so schwierig sind, auch eben für Klavier. In dieser Arie ist diese verrückte und wunderschöne Klarinettenpartie, aber es macht einfach jedes Mal unglaublich viel Freude und ich hoffe euch auch. Bis gleich! Musik 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 Untertitelung. BR 2018